So ein Video für Racer Ralf. So, du gehst hier auf, da oben, auf anpassen und hier hast du doch als erstes hier dein Auto. Und so sieht meiner aus. Habe ich gemacht. So. Und wenn du den verändern möchtest. Du hast ja, du kannst ihn auch so. Und so. Und dann kannst du ja die Farben noch verändern. Dann zeige ich dir das hier. Dann drückst du hier Farben ändern Dreieck. Und dann bist du ja hier drin. Und dann siehst du ja da oben, wo ich jetzt gerade bin, hier kannst du so hin und her und die Farben verändern. Also ich mache es mal. Siehst, kannst du auch so oder so. Aber ich habe ihn natürlich so. Ah, kriegen wir jetzt wieder hin. Ah, scheiße. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Und dann kannst du ja noch deinen Fahrer auch, das wäre ja hier, Anzug geben, Helm geben. Ich meine, das sieht so aus mit dem Anzug. Ja, das war's.